Das KUK Militärgeografische Institut war eine Einrichtung des Kaisertums Österreich nach 1867 des Heeres Österreich-Ungarns mit Sitz in Wien. Es entstand am 7. Jänner 1839 aus dem Zusammenschluss des Imperiale Reale Instituto Geographico Militare und der topografisch-lithografischen Anstalt des K. K. Generalquartiermeister Stabs und hatte seinen Sitz von 1841 an am damaligen Glacier am späteren Friedrich-Schmidt-Platz 3 in Wien. Geschichte Das Institut ging aus einer gleichartigen Einrichtung hervor, die in Oberitalien unter Napoleon eingerichtet worden war. Im Jahr 1800 wurde in Mailand ein Kriegsministerium der Cisalpinischen Republik geschaffen. Dieses hatte Kartenmaterial zu sammeln. 1802 stellte man auch ein Militärtopografenchor auf, das mit der Triangulierung und der Landesaufnahme betraut wurde. Diese Einrichtungen blieben im späteren österreichischen Königreich Lombardo-Venetin bestehen. Kaiser Franz I. von Österreich genehmigte mit Handschreiben vom 1. September 1814 die einstweilige Baybehaltung des Büro Topografik in Mailand. Die weitere Entwicklung wurde von den Plänen beeinflusst, ein allgemeines Grundstücksverzeichnis der Monarchie zu schaffen. Den stabilen Kataster, der auch Franziszeischer Kataster genannt wurde. Als Gründungsstag wird auch der 5. Jänner 1818 angenommen. An diesem Tag erging die allerhöchste Entschließung, zwar das Institut in Mailand einstweilen bestehen zu lassen, aber Personal und Arbeiten an das topografische Büro in Wien zu ziehen und dem Mailänder Institut keine neuen Arbeiten zuzuweisen. Am 25. Februar 1839 hatten sich die meisten militärischen Mitarbeiter aus Mailand mit der Versetzung in die Hauptstadt des Kaisertums Österreich nach Wien einverstanden erklärt. Ausgenommen waren nur wenige Mitarbeiter, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen pensioniert wurden oder zu anderen Behörden und Ämtern versetzt werden konnten. Mit der öffentlichen Versteigerung restlicher Gegenstände, die nicht nach Wien mitgenommen wurden und auch sonst nicht verwertbar erschien, endete am 21. November 1839 die Geschichte des Institutes in Mailand. Im Jahr 1841 wurde Josef Freiherr von Skribanek zuvor bereits unter Direktor, Direktor des Instituts. Dank seiner Bemühungen war es gelungen, die ausgezeichnetsten Kräfte der beiden Anstalten, Wien und Mailand, zu vereinen und die berühmte Einrichtung des daraus hervorgegangenen Militärgeografischen Instituts sowie die neuerliche Gründung eines eigenen Ingenieurgeografenkorps zu erwirken. Das unter seiner Leitung stehende Institut erhielt für seine hervorragenden Leistungen im Fach der militärischen Karten bei der Großen Industrieausstellung zu London am 16. Oktober 1851 die Große Medaille, wobei der Hauptteil des Ruhmes wohl ihrem jahrelangen Leiter gebührte. Bis 1888 lautete der Name seit 1868 Systemwiedrich K.K. Militärgeografisches Institut. Erst 1889 wurde auf ungarischen Druck für das Heer und seine Anstalten der Vorsatz K.U.K. als Kennzeichen dafür eingeführt, dass es sich seit dem Ausgleich mit Ungarn von 1867 um gemeinsame Einrichtungen beider Staaten Österreich-Ungarns handelte. Das Institut gehörte in den Zuständigkeitsbereich des Chefs des Generalstabes und war ab 1913 dem Kriegsministerium unmittelbar unterstellt. Ältere Archivunterlagen wurden bereits vor dem Ersten Weltkrieg vernichtet, auch Unterlagen aus späterer Zeit sind nicht mehr vollständig vorhanden. Eingehendere Unterlagen zur Geschichte des MGI sind nur mehr in den Beständen des Hofkriegsrates und des Generalquartiermeisterstabes enthalten, die sich im Staatsarchiv Kriegsarchiv in Wien befinden. Wohl aber sind die Arbeitsunterlagen der Triangulierungen und die Bibliothek weitestgehend erhalten. Erhalten ist auch das Archiv der Landesaufnahme, die Kartensammlung, wobei die Unterlagen der Ersten und der Zweiten Landesaufnahme im österreichischen Staatsarchiv aufbewahrt werden. Von den Blättern der Dritten Landesaufnahme mussten aufgrund des Staatsvertrages von Sankt Cemmer 1919 jene Unterlagen an die Nachfolgestaaten der Monarchie weitergegeben werden, in denen zumindest die Hälfte des dargestellten Gebietes lag. Von diesen Blättern sind jedoch Schwarz-Weiß-Gopien zugänglich. Die hohe Qualität der in kurzer Zeit verfügbaren Kartenwerke aus dem MGI war beispiellos. Er regte internationales Aufsehen und trug dem Militärgeografischen Institut eine Reihe von Auszeichnungen ein. Die Mitarbeiter des MGI waren auch außerhalb der Grenzen der Monarchie tätig. So erhielt 1828 ein Generalstabshauptmann den Auftrag, eine Skizze der Straße von Belgrad nach Konstantinopel zu erstellen. Die so dann bei der Ausarbeitung der neuen Karte der europäischen Türkei verwendet wurde. Dementsprechend fehlte es auch nicht an einschlägigen Abwerbeversuchen. So wurde einer der bekanntesten Mitarbeiter des MGI, der Leiter der kartografischen Arbeiten, Josef Ritter von Schieder, dreimal aufgefordert, unter den glänzendsten Bedingungen in russische Dienste zu treten. Die Anerkennung, die die kartografische Erfassung des damals noch türkischen Gebietes in Südosteuropa erhalten hatte, bewog die griechische Regierung ebenfalls um Unterstützung bei der Vermessung ihres Staatsgebietes zu ersuchen. Daraufhin wurde eine geodetische Mission gebildet, die ab 1889 in Griechenland arbeitete und dort einheimisches Personal ausbildete. Die Aufnahme von Griechenland wurde 1896 vollendet. Das MGI war neben seinen Kompetenzen in der Landesvermessung auch führend in Angelegenheiten des Landkartendruckes. Die technischen Entwicklungen bei Lithographie und Kupferstich wurden aufmerksam verfolgt, angewendet und verfeinert. 1846 wurde am MGI die Galvanoplastik eingeführt. Mit dieser Technik wurde von neu gestochenen Kupferstichplatten zunächst ein Abzug erzeugt. Von diesem Abzug konnten auch mehrfach Druckplatten erstellt werden. Diese Vorgangsweise erleichterte die Produktion großer Auflagen von Kartenblättern in gleichbleibender Qualität bereits vor Einführung des fotomechanischen Tiefdrucks im Jahr 1869. Seit 1876 wurden Steindruckschnellpressen eingesetzt. Später Aluminiumdruckplatten. 1873 war die Herstellung neuer Landkarten vom Kupferstich auf Heliogravüre umgestellt. Die Ergebnisse wurden auf der Weltausstellung in Wien 1873 präsentiert. Die Fortschritte in der Drucktechnik und deren Nutzung im MGI sicherten den Kartenwerken weite Verbreitung. Die Landkarten aus dem MGI, die für die öffentliche Verbreitung freigegeben waren, wurden durch die Kunsthandlung Arterie in Wien vertrieben. Aufgabe Die organischen Bestimmungen für das K.U.K. Militärgeografische Institut enthalten folgende Beschreibung. Das Militärgeografische Institut hat die für die Armee nötigen Karten herzustellen. Hierzu ist erforderlich. Die geodetische Vermessung, die Mappierung, die Zeichnung und Evidenthaltung der Karten, endlich die Reproduction und Vervielfältigung derselben. Für Private können einschlägige Arbeiten besorgt werden, wenn es die dienstlichen Verhältnisse gestatten. Der Kommandant ist dafür verantwortlich, dass das Institut stets in möglichst vollkommener Weise den kartografischen Befürfnissen der Armee entsprechen könne. Besonders die Gruppenleiter haben stets Fühlung mit den anderen Teilen des Instituts zu erhalten und initiativ auch Arbeiten zu fördern. Die ihnen nicht zugewiesen sind, sie sollen auftauchende Neuerungen prüfen und dem Institute nutzbar machen. Der Zuständigkeitsbereich des MGI umfasste die gesamte österreichisch-ungarische Monarchie. Es handelte sich um ein Gebiet von rund 677.000 Quadratkilometer, welches alle topografischen Formen Mitteleuropas von Steppengebieten in Galizien bis in die Hochgebirgszonen der Alpen umfasste. Daneben hatte sich das MGI mit den Aufgaben der Erdmessung zu beschäftigen. Um die Landkarten auch technisch auf dem geodetisch letzten Stand zu halten, das MGI gab von 1881 bis 1913 eine eigene Fachzeitschrift heraus. Die Mitteilungen des Kaiser König Militär-Geografischen Institutes Herausgegeben auf Befehl des G.K. Reichskriegsministeriums Punkt Dort finden sich auch Arbeiten zum Institut in Mailand. Organisation Befehlshaber des Instituts war ein Offizier in Generalsrang. Das Institut bestand aus fünf Gruppen, astronomisch-geodetische Gruppe, Mappierungsgruppe, topografische Gruppe, technische Gruppe, Verwaltungsgruppe. Das Personal bestand aus Stabs- und Oberoffizieren, Beamten und technischem Hilfspersonal. Die Beamten waren in einen technischen und werkführenden Onst eingeteilt und den entsprechenden Gruppen zugeordnet. Die technischen Beamten führten die folgenden Titel, Vorstand 1. Klasse, Vorstand 2. Klasse, Technischer Offizial 1. Klasse, Technischer Offizial 2. Klasse, Technischer Offizial 3. Klasse, Technischer Assistent, Werkführende Beamte, Oberwerkführer 1. Klasse, Oberwerkführer 2. Klasse, Werkführer, Werkführerassistent, Leutnantsrang. Das technische Hilfspersonal bestand aus Werkmeistern und technischen Gehilfen. Die Unteroffiziere und Mannschaften kamen aus der Truppe und führten ungeachtet ihrer Stammeinheit die folgenden Rangbezeichnungen. Feldwebel, Rechnungsunteroffizier, Führer, Korporal, Gefreiter, Institutssoldat. Das MGI verfügte über zwei Gebäude. Das A-Gebäude an der späteren Landesgerichtsstraße wurde 1842 fertiggestellt und 1871 aufgestockt. Das B-Gebäude mit dem kartografischen Dienst der Landesaufnahme in der Krotentallergasse in Wien-Josefstadt. Etwa 600 Meter vom A-Gebäude entfernt wurde 1905 fertiggestellt. Dieses Gebäude war der Nachfolger des alten B-Gebäudes, welches sich am gleichen Standort auf dem Gelände der früheren Josefstetter Reiterkaserne befunden hatte, welche 1759 von Johann Thomas Tratner für dessen Druckerei umgebaut worden war. Seit 1875 befand sich darin die Pressenabteilung des Militärgeografischen Instituts. Uniform Weder die technischen noch die werkführenden Beamten trugen ein Potepé. Ihre Adjustierung richtete sich nach den Artilleriezeugsbeamten. Sie trugen dunkelgrüne Waffenröcke mit schwarzsamtenen Kragen und Ämmelaufschlägen und eine scharlachrote Passbeulierung. Die Bluse war ebenfalls grün und mit schwarzsamtenen, rot-passbeulierten Paroles versehen. Bei den technischen Beamten hatte der Waffenrock weiße, glatte Knöpfe, bei den werkführenden Beamten waren die Knöpfe glatt und gelb. Die Unteroffiziere und Mannschaften trugen den Infanterie Chaco zum dunkelgrünen Waffenrock oder die hechtgraue Feldkappe zur hechtgrauen Bluse. Der Waffenrock war mit einer Reihe von sechs gelben glatten Knöpfe, scharlachrotem Kragen, Achselspangen und Ämmelaufschlägen ausgestattet. Pantalons und Mäntel bestanden aus hechtgrauem Tuch, ebenfalls mit scharlachroten Paroles, jedoch ohne Passports. Unteroffiziere bis einschließlich Korporal trugen den Infanterieoffizierssäbel, dazu das Kavallerie-Potepä. Gefreite und Institutssoldaten trugen den Infanteriesäbel. Weiterverwendung In Österreich gingen die Agenten des MGI nach dem Ersten Weltkrieg in einem langwierigen Prozess. Der vom 1. August 1919 bis zum 25. Februar 1921 dauerte an das Bundesvermessungsamt und das Kartografische Institut über. Wobei von letzterem die Erdmessung und Topografie am 21. September 1923 im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen aufging. Die Landkartenherstellung lebte als kartografisches, früher militärgeografisches Institut weiter. Es war als kaufmännischer Staatsbetrieb zu führen. Dieses Institut wurde unter der Nationalsozialistischen Herrschaft 1938 mit dem BAVUF zur Hauptvermessungsabteilung 14 zusammengeschlossen. 1945 wurde es als Teil des BAVUF mit dem Namen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen neu organisiert. Die Abkürzung MGI wurde auch zum Namen des durch dieses Institut berechneten geodetischen Datums. Der klangvolle Name dieser altehrwürdigen Institution lieferte die Idee zur Bezeichnung der heute einschlägigen militärischen Einrichtung des Bundesheeres. Des Instituts für Militärisches Geowesen Referenzen Nekrolog in österreichischer Soldatenfreund 6 Nummer 45 Wien 1853 S Austria Tagblatt für Handel und Gewerbe Öffentliche Bauten und Verkehrsmittel Nummer 247 Vom Dienstag 21. Oktober 1851 S Messner S Hofstetter S 173 F Messner S Allgemeine Deutsche Biografie Bent 53 Nachträge bis 1899 Paulitschke Schätz Leipzig 1907 S Hofstetter S 171 F Messner S Anton Durstmüller Norbert Frank 500 Jahre Druck in Österreich Die Entwicklungsgeschichte der grafischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart Bent 2 Die österreichischen grafischen Gewerbe zwischen Revolution und Weltkrieg 1848 bis 1918 Hauptverband der grafischen Unternehmungen Österreichs Wien 1986 ISBN 3-8-5104-5009 S 220 F Zitiert nach Messner S 207 F Messner S 209 verweist auf Heinrich Hartl, das Militärgeografische Institut in Mailand MMI-Jahrgang 8 Fin 1888 S Messner S 256 F Adjustierungsvorschrift für das KUK Herr Teil V Messner S 207